Anknüpfend an dem letzten Teil beschäftigen wir uns in diesem Video mit der Physiologie der Wundheilung. Wir haben die Wunde bereits als eine Unterbrechung des Gewebszusammenhangs definiert, was traumatisch oder erkrankungsbedingt erfolgen kann. An dieser Stelle unterscheidet man nun die primäre von der sekundären Wundheilung. Bei der primären Wundheilung findet man glatte, saubere Wundränder in keimarmen Verhältnissen. Damit läuft dieser Wundheilungsprozess relativ komplikationsarm ab. Wundödem, Entzündungsreaktion und Narbenbildung sind insgesamt nur schwach ausgeprägt, was man oft bei Verletzungen mit scharfkantigen Gegenständen oder im Rahmen chirurgischer Eingriffe vorfindet. Die sekundäre Wundheilung zeigt sich charakteristisch mit Gewebsuntergang und Neogenese sowie einer Wundkontraktion. Die Entzündungsreaktion ist insgesamt ausgeprägter und es kommt zur regenerativen Bildung von Granulationsgewebe. Trägt man den Verlauf einer Entzündung gegen die Zeit auf, so erhält man charakteristische Phasen der Wundheilung. Bei Eintritt einer Wunde, die die vaskularisierte Dermis verletzt, kommt es über Vasokonstriktion und Thrombozytenadhesion und Aggregation, zunächst zur primären Blutungsstellung über einen mechanisch instabilen weißen Pfropf. Im Verlauf der sekundären Hämostase kommt es zur Aktivierung proteolytischer Enzyme, die als Faktoren die Blutgerinnung generieren. Damit begeben wir uns in die exudative oder inflammatorische Phase, welche die ersten Stunden nach Wundeintritt charakterisiert. Im Vordergrund stehen hierbei die Thrombozyten, die nach ihrer Adhesion an freigelegte kollagenöse Wundränder eine visköse Metamorphose durchmachen. Hierbei verändern sie ihre zytoskeletäre Struktur und es kommt zur Expression des Glykoprotein 3A-2B-Rezeptors und zur Ausbildung von Pseudopodien. Klebestoffe, vasoaktive Substanzen und die ersten Wachstumsfaktoren werden aus exudatären Granular freigesetzt und wirken zum Teil unterstützend auf Vasokonstriktionen und Thrombozytenverklebung im Mundareal. In dieser Phase kommt es zur Aussonderung von Exudat zur Autoreinigung der Wunde, was durch eine erhöhte Kapillarpermeabilität generiert wird. Es kommt zur Hyperämie mit Rötung und Überwärmung. Die Folge ist die Bildung eines lokalen Wundödems. Durch Einwanderung polymorph-nukleärer Zellen, die Monozyten, die sich zu Makrophagen differenzieren und weiteren immunpotenten Zellen, kommt es zur lokalen Entzündung, da jene Zellen selbst Quellen pro-inflammatorischer Zytokine darstellen. Es bildet sich im Folgenden ein Gerinnsel aus plasmatischen Fibrin-Molekülen Fibronektin, Vitronektin und Thrombospondin. In der Granulations- oder Proliferationsphase ermöglicht Fibronektin die Adhäsion und Migration von Monozyten, Endothelzellen und Fibroblasten entlang der provisorischen Fibrin-Matrix in das Mundareal. Unter Einfluss vieler akute Phase-Proteine und Wachstumsfaktoren wie dem Tumor-Nekrose-Faktor, dem Platelet-Derived-Growth-Faktor und dem Transforming-Growth-Faktor beginnt der Abbau von nekrotischem Gewebe. Am Übergang zum Normalgewebe startet die Neosynthese einer extrazellulären Matrix. Zu diesem Zeitpunkt ist ein enormer Anstieg der Zellzahl in der Matrix zu beobachten. Der Kollagenanteil im Wundareal steigt an und etwa ab dem vierten Tag wird die extrazellular Matrix durch Granulationsgewebe ersetzt. Der Beginn der proliferativen Phase markiert die Ankunft ortsständiger Fibromlasten, was durch einige Wachstumsfaktoren und Fibronektin stimuliert wird. Essentiell sind in dieser Phase Neovaskularisierung und Angiogenese, die zum einen durch die sauren Umstände des Wundmilieus selbst, zum anderen auch über lokale Wachstumsfaktoren wie dem Vascular Endothenial Growth Factor und angiogenetischen Zytokin ausgelöst werden. In diesem histologischen Bild erkennt man links von oben nach unten das Plattenepithel, Fibrin und die lokale Einblutung. Rechts im Bild sieht man das Plattenepithel mit darunter befündlichem älteren Granulationsgewebe, neu gebildeten Gefäßen und Fibroblasten. Ermöglicht wird die epitheliale Regeneration durch Keratinozyten, die sich am Übergang zum Normalgewebe befinden, und Stammzellen, die an den Haarbägen sitzen. Die Keratinozyten migrähen in die oberste Schicht des Granulationsgewebes, wo Blutkoagel eine Matrix aus Fibrin, Fibronektin und Kollagentyp 5 formen. Die Zellen der Basalschicht am dermoepidermalen Übergang nutzen diese Fibronektinmatrix zur Migration und Zellanheftung während der Epithelisierungsphase. Nach Bildung der Neoepidermis folgt die terminale Keratinozyten-Differenzierung. Einige Tage nach der Verwundung beginnt der Umbau des Granulationsgewebes. Erneut unter Einfluss von Wachstumsfaktoren aus Fibroblasten organisieren sich die Kollagenfasern um und es kommt zur ersten Kontinuität des Bindegewebes. Kollagentyp 3 reift in Kollagentyp 1 und wandelt sich dabei von ursprünglich 30 auf 10%, was dem Verhältnis der unverletzten Haut entspricht. Es kommt jedoch nicht zur Neubildung von Elastin, was die Steifigkeit und mangelnde Flexibilität des Narbengewebes erklärt. Damit bleibt es ein minderwertiges Gewebe, in dem die Kollagenfasern beginnen, sich parallel auszurichten. Weitere Umbauprozesse im Gewebe können sich noch bis zu einem Jahr hinziehen, weshalb man mit bestimmten wachstumsinduzierenden Therapien dieser Narben auch nicht vor Beendigung dieses Jahres beginnen sollte. Das Ergebnis des Wundheilungsprozesses bleibt im Falle einer sekundären Wundheilung als Narbe auf der Haut zurück, sofern die vaskularisierte Dermis vorher durch eine Wunde verletzt wurde. Zu Anfang zeigt dieses Narbenareal durch viele Blutgefäße noch eine rote Farbe. Diese bilden sich im weiteren Verlauf zurück, wobei der Kollagenfaseranteil und damit die Reißfestigkeit der Narbe zunimmt. Da die Melanozyten zunächst oder gänzlich fehlen, nimmt die Narbe schlussendlich eine helle Blässe an und hebt sich damit farblich vom umgebenden Hautareal ab. Welche verschiedenen Narbentypen man unterscheidet und wie diese im Einzelnen therapiert werden können, wird ausführlich im dritten Teil der Narbenbildung besprochen. 10 Different 1 1 1 2 1 2 2 3